That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha, oh! So. Ich würde es einfach mal starten. Gezeugt. Nicht von unbeflecktem Blut. Die Linie Adams war bei keinem. Nicht mehr zu erraten. Der beschnitten war doch stahlhälzig und bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Batterien wir haben und wo wir sind und was wir hier überhaupt machen. Ah, ok. Ich muss wieder in die Steuerung rein. Ja, ja. Ja, ja. Und wir haben drei Verbände und wir haben vier... Dings. Ah, das Klärchen. Achso, unser Freund hier wurde... Achso. Unser Freund hier wurde ja letztens kaltblütig ermordet. Hallöchen, Swag. Hi. Was geht ab? Also, er wurde kaltblütig ermordet. Und... Ja. Nee, ok. Okay. Nee, ok. Ich muss wieder rein. Egal, laufen wir. Ich weiß jetzt auch nicht, wo lang. Mir auch wurscht. Aber ich nehme mal an, hier lang. Oder? Achso, ich sollte nicht so viel rennen, weil... Weil wegen... Ich weiß es nicht. Ausdauern. Ausdauern. Oh. Oh. Macht doch nicht so einen Krach. Ich nehme an, da lang? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber da leuchtet sich schön, da gehen wir doch mal hin, da gehen wir hin und haben Spaß, forever and ever. Schade, dass es nicht sowas gibt wie eine Karte. Ich glaube ich bin hier nicht richtig. Die Musik macht einen irre. Nein, anscheinend kann ich nicht hier lang. Ich hasse es und ich weiß wo lang. Und da kam... Ich bin doch ein Vollidiot. Oder? Ich glaube ja. Guck mal, von hier kam ich. Ich weiß gar nicht wo lang. Hm. 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 Aber ich glaube... Hier, da runter. Darunter kam ich. Ich muss einfach... Ne, keine Ahnung. Ich versuche es hier einfach. Ah, wir gehen da... Aber ich bin noch schon hier runtergegangen. Verarschen kann ich mich selber. Ah, der Mond. Ah, vielleicht hier lang. Auch nicht. Jetzt reicht es aber. Na ja. Egal. Nee. Ich weiß nicht, woher. Das ist so du. Du, du. Ach Gott. Hier kann man sich verstecken. Ich drehe mich im Kreis, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Das ist ätzend. Das ist äckel-erregend. Am Ende ist der Weg von meinem... Aber ich kann doch nicht... Eigentlich kann ich nicht mehr zurück. Oder? Lass mich raus. Oder rein. Oder... Oder was auch immer. Wie geht's euch so? Komm, ich muss bestimmt hier lang. Nein. Hättet ja sein können. Nein. 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 Verstecken? Wo? Ah. Gleich schmeiße ich irgendwas gegen die Wand. Wann? Wahrscheinlich muss ich... Wann? Wann ich hier raus? Oder rein? Wann? 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 Lalalalalala Müssen wir wirklich wieder zurück? Ich kann meine Batterie da jetzt hier nicht einfach so verschwinden. Nein? Sherry kann das. Ich kann das. Definitiv kann ich das. Ich kann meine Batterie immer verschwinden. Wann und wo und wie ich will. Kann ich eigentlich rauchen? Achja kann ich. Ach komm ich hoch. Hier ist natürlich alles wasserfest. Batterien, Gebände, Wasserdicht. Whatever. Ich hab echt keine Ahnung. Schiri finde den Weg. Finde den Weg. Wo ist er? Hier ist er nicht. Ich laufe im Kreis. Ich laufe jetzt einfach da hoch und wieder zurück. Ich hab keine Ahnung. Tja das ist nicht schön. Tja das ist nicht schön. Geht zurück. Geht zurück. Haben die das Tor jetzt hier zugemacht? Was? Die haben alles hier zu. Aber ich kam von da. Und ich hab keine Ahnung mehr woher. Ist hier mal nicht so nice ne? Also muss ich hier lang. Also muss ich hier lang. Da ist die Frage wo lang. Hier lang? Nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Nein. Ich will meine Batterie jetzt nicht verwenden. Was ist das für ein Kack? Gehen wir mal hier lang. Wir laufen gegen eine Wand oder so. Ah. Wir sind da. Oh. Wir sind da. Das schwimmen. Das anstrengt. Ich finde sicher den Boden. Da ist Boden. Guck. Ja. Okay. Immerhin. 100 Jahre später Weg gefunden. Beschließt eure Ton und Fenster. Hey, ich bin doch nicht so schlimm. Ihr seid die Schlimmen, nicht ich. Oder? Die sind der Traitor. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich einfach so hier rumlaufen sollte. Okay. Okay. Das soll ein Kind sein? Das sieht nie im Leben aus wie ein Kind. Was war das? Ich will mich nur umschauen, ja? Bitte. Ist hier ein Schild? Don't touch this, nein, Spaß. Was steht hier? Heretic. Ketzer. Ketzer? Das sieht nie im Leben aus wie so ein Kind. So ein übergroßes Kind. Oh. Pack, Mann. Geh kacken. Okay. Wir laufen jetzt einfach. Denke daran, dass du mit deinem Mikrofon... Okay. Kann ich nicht hier rein? Okay. Alter, was? Oh, fuck. Das war nicht sie. Alter, was? Oh, ich kann da runter, oder? Ich kann da unten durch. Nein! Okay, ich hab sie nicht gesehen. Kann ich hier durch? Äh, hallo? Ich kann hier nirgendwo durch. Shit. Doch, doch, doch. Ich kann hier durch. Hier durch. Ich hab keine Zeit für dich. Ich weiß nicht mal, wo lang. Kann ich mich irgendwo hier verstecken? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Fuck you! Nein, nein, nein. Ich brauch Licht. Give me the light. Give me the battery. Au. Ah. Oh, oh, oh. Der ist rechts von mir, oder so. Rechts von mir? Ja. Oder links von mir? Die sind überall. Woher kommen die ganzen Leute? Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nie, wo lang. Ich glaube, ich bin wieder zurückgelaufen. Kann das sein? Kann das sein? Oh, shit. Egal, komm. Oh mein Gott, das war der richtige Weg. Alter, ohne Dreck. Was? Ich tu dir nix. Ich tu dir wirklich nix. Geh weg. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber es ist okay. Ah, ich bin... Oh, ich bin bei der... Oh, ich bin bei der Psychotante. Okay, da wollen wir nicht lang. Ich versteck mich mal. Ich putz... Hier. Das ist... Oh. Okay. Okay, wir sind immerhin schon mal ein bisschen weiter. Und... Ähm... Ja. Wir sind immerhin schon da durch. Ich fühle mich gestockt. Ah, nein! Oh, nein. Nein, nein. Warte. Okay, doch. Wir sind sowieso. Okay. Okay. ich weiß nicht wo ich lange soll ehrlich gesagt ich mache jetzt bis zum nächsten speicherpunkt dann bin ich schon ein gutes stück weitergekommen und werde am samstag weitermachen ich habe bestimmt auch tausende batterien übersehen aber ich habe gerade irgendwie so ein bisschen panische angst ok was heißt panische angst aber ihr wisst schon na rund kann ich eigentlich ah der ist irgendwo hier links wenn ich wüsste wo ich lang soll dann wäre das alles nein achtung schnitt jetzt erwischt scheiße und 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 wie lange dauert es Ich... Fuck you! Okay, okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Uiuiuiuiuiuiuiuiui! Ich sollte mal hier die Batterie ausmachen. Und.... Keine Ahnung. Wo ich lang soll. Aber er ist gut noch nicht erwischt. Hmmmmm.... Da da ta 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 Das ist normal. Geht mir das nicht so schön. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Ja, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Okay, der ist hier. Der ist hier. Der ist hier. Der ist hier. Ich muss sagen, ich weiß absolut nicht, wo ich hin muss. Kann sein, dass ich hier richtig bin. Aber es kann auch sein, dass ich einfach keine Ahnung habe. Und ich habe das Gefühl, er ist nur hier im Raum. Aber ich will nicht meine Batterie verwenden. So glöd. Hallo Schoxi. Herzlich willkommen. Vor allem, ich kann hier nicht mehr so spähen wie im ersten Teil. So aus den Schränken. Da sind keine Ritzen mehr. Wo man gucken kann, ah, da ist jemand. Nein, oder oder? Und jetzt ist das beim Mikrofon. Also werden sich nicht mehr so spähen. Sieht man nicht mehr so spät, ich weiß nicht mehr. Und jetzt habe ich nicht mehr so spätigt. Shit! Shit! Ja, das scheint richtig zu sein. Und jetzt? Jetzt? Hallo? Was soll ich jetzt hier oben? Keine Ahnung. Ich hätte schon viel früher hier oben gemusst. Kann das sein? Siebte Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid. Alle zusammen hatten sieben Kinder, welche Papa Knot in meine Obhut übergaben. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie ich nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde. Die einst fühlt so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie. Denn ich werde niemals Selbstkind haben. Doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Ja, ich weiß es nicht. Okay, wir müssen... Okay, wir müssen... Was muss ich hier? Warum? Okay. Und jetzt? Ich soll darüber, ja? Okay. Was sagt mir, dass ich hier nicht runterfall? F*** you! Fuck, Alter! Oh, ist das eklig! Alter! Was war das für ein Scheiß? Wie... Oh Gott, wie ist das... Wie? Zum Teufel? Zum Scheiß? Wie ist das passiert? Alter! Danke Creepypasta! Danke fürs Following! Followen! Folgen! Danke schön! Ähm... Ja! So! Ich werde jetzt aber beenden. Wie gesagt, heute war es nur ein kleiner Stream. Aber am Samstag wird es etwas länger. Weil da kann man ausschlafen und so weiter. Und... Es wird auf jeden Fall länger. Und... Ja... Aber das war jetzt mal echt assi! Muss ich mal so sagen. Es war wirklich... Also es hat... Nee! Das ging nicht! Das ist es... Das wenn... Aber irgendwie war es mir doch klar. Irgendwas passiert. Da kann man doch nicht einfach so überlaufen. Nun... Nun... Ohne dass was passiert hier. Ey! Wie viele Batterien habe ich jetzt eingef reception? Eine habe ich noch... Scheiße! okay was soll ich machen okay ich gehe dann am samstag werde ich zum dorf gehen und wer weiß was mich da erwartet bestimmt irgendwie scheiß ja die sind eh alle voll psychisch krank hier diese leute vor allem warum sind alle tot warum können die nicht alle leben obwohl es ist egal ich würde sagen wir sehen uns samstagabend uhrzeit weiß ich nicht eigentlich ist es immer 20 uhr aber in letzter zeit macht spontan mein streams weil es einfach viel arbeit also ich habe momentan viel zu viel arbeit und ja das video haut rein schönen hat kommt ich kann schon sagen schönen abend ja schönen abend euch und we see us samstag und danke für die neuen die mir gefollut sind und vielleicht kommt ihr ja beim nächsten mal noch mal vorbei und ja wir sehen uns tschüss